Männer, Wurrkurs! So, jetzt haben wir aber auch Magie im Spiel. Riskiert Magie für günstige Winde. Bei 6 können wir das Glücksspiel mal angehen. Ranai ist mit euch. Anstatt 6 kriegen wir 6. Hm. Wenn ich das immer richtig verstehe, kriegen wir, haben wir jetzt die Möglichkeit 66 Magie maximal zu haben, weil die magischen Winde plus 6, alle 10 Sekunden kriegen wir einen Nachladen mehr. Und so läuft das aber gegen Zwerge, ist das eh egal, weil Zwerge haben eine gewisse angeborene Magieresistenz. Toll. Das ist das einzige, was du kannst. Du nennst dich Feuermagier. Du kannst nur harmonische Konvergenz oder 6 ist gerade im Pool drin und 30 kann ich maximal haben und eine Energie wird nachgeladen pro 10 Sekunden. Bei Magie bin ich noch nicht so 100% drin. Zwerge sind aber übrigens sehr langsam unterwegs auf dem Schlachtfeld. Sind natürlich äh, nur gefährlich auf kurzer Distanz. Ich hoffe, du greifst mit dem Schwert nicht an, sondern kannst irgendwie Feuerbälle oder sowas schießen. Lieber Imperator-Proof. Reichsguard-Nights! Ich muss dir in seinen Belagungsmaschinen relativ schnell ausschalten. Die tun nämlich sehr weh. Da ist kein Feuermagier, sondern ein Himmelsmagier. Da hab ich natürlich vorher nicht drauf geachtet, welche Art von Magier das ist. Der Feind führt mächtiges Kriegsgerät in die Schlacht. Dies muss zerstört werden, wenn es eure Truppen nicht aus der Ferne dezimieren soll. Die Grollschleuder. Oh nein, es gibt keine lose Formation mehr, womit ich mich dann ein bisschen schützen könnte vom Gegner. Na, die positionieren sich ein bisschen um, weil ich die irritiere mit meinen Reitern in der Seite. Das hat die KI ja noch nie so richtig hinbekommen. Hust, hust. Ich versuche, die gerade übrigens ein bisschen fit zu halten. Durch das ganze Umwandervieren hat er jetzt noch keinen einzigen Schuss mit seiner Fernkampfwaffe abgefeuert. Stellt euch da hin. Ja, da kommt der erste Stein. Versuchen wir mal ein bisschen Verwirrung zu bringen. Ah, Schitte. Steine tun übrigens sehr weh im Gesicht. Da laufen die Kleinen. Wir schicken die Rahmbrüste vor. Oh, die knubbeln sich aber ganz schön da an der Seite, ne? Der hat doch schon die richtigen Einheiten zur Seite geschickt. Da rammen die Kleinen gegen die Dicken. Naja, Moment, nein. Die schlanken, großen, schlachsigen, da ist übrigens gerade ein Stein eingeschlagen. Ich möchte nur den Ansturm mal soeben einfangen. Yay! Die schmeißt sich teilweise ein bisschen überdramatisch hin, oder? Scheiße, ich bin zu weit weg. So, das soll's mit den Fernkämpfern gewesen sein hier vorne. No? Reichsgarns, Knights! Yes, General! Zordsmann! For the Emperor! For Olddorf! We are Sigma's Heirs! By Ulrich Spratt! Move it! Get round! Moving now! Sigma calls! For the Emperor! Reichsgarn! So, weiter zum nächsten. Muss man ein bisschen drehen, sonst sieht man nämlich hier die Wünste von Zwergen und Menschen, die sich gegenseitig hier einen auf Fresse geben. So, Franz ist mittendrin. Was machen meine Reiter? Die kämpfen hier gegen die Zwergenkrieger, verlieren aber gerade im Kampf, die muss ich wegziehen. Go, go, go. Da ist der Zwergenanführer. Rock Eisenhack. Ist es Mettag oder was? Ist es Donnerstag? good luck. ja Ihr verdammten zehn Mistkerle, ey. Ich kann übrigens gerade nicht noch näher rangehen, sonst verliere ich die absolute Übersicht. Scheiße, wir haben da Axtkämpfer hinten drin. Zurück, zurück, Carl. Wie ich meine, Krieger fliehen, mein General fliehen, weil der Feuer nicht abgehauen ist, der Penner. Verdammte zähe Zwerge, ey. So, Franz hat sich wieder beruhigt. Reiterei raus da. Ich muss meine Truppen mal eben sammeln. Handgunners! Faster! Sigma calls! Ready for the Empire at speed to battle! Swordsmen! Ready! Quick, march! Moving now! Spearman! Sigma calls! Ulrich's rear for them! The skies boil! Halberniers! Formation! March! Go! Third! Sir! The last name? Yes! Scotsman! We will spread it! All ranks fire! For healths they grant costs! We are banned! For the Emperor! In range! Handgunners! Komm, sammelt euch! Sordsmen! Sert, Sir! Yes, General! Ready! Fire! Fire! Ah... ...Doing charge! Ready for war! Sordsmen! They are mine to meet! Handgunners! Handgunners da oben auf die... ... ... ... ... ... ... Ich hoffe gerade auf das Beste, denn wir haben mehr Fernkämpfer gehalten als die Zwerge... ... ... und das versuche ich natürlich, die haben keine Belagungsmaschinen mehr... ... um meinen Vorteil noch auszuspielen... auszuspielen. Leute, schießt mal alle auf die hier vorne. Jetzt den daneben. Komm, go, 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 go. Schuss, 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 schuss. Die stürmen schon, die stürmen schon. Jetzt. Schuss, schuss, schuss. Fire, fire! To battle! Ready! For the Emperor, sir. For Healdonhammer! Schussman! Yes, General! My Ulrich squad! To me, then! Seeking enemy! Very well, Sigma coals! We serve the Emperor! We serve the Emperor! We must start! What? Prepare for combat! Take position! Yes, General! Scheiße! Die hab ich nicht gesehen! For the Emperor! Ready? That's an order! Yes, General! Yes, sir! For the Empire! For the Emperor! Yes, sir! Yes! Let's battle! This is my command! Sigma coals! Ach du Scheiße! Ich hab meine Reiter da ganz hinten noch stehen gelassen. Fighting ranks, sir! We are Sigma's Hears! Help and run! Sigma guides us! Fuck! Skarn Knights! Handgunners! Fuck! So langsamer sicher kommt der immer näher. Die Magie bringt mir nur im Nahkampf was gerade. Da ist unsere Munition schon aufgebraucht. Handgunners! Sigma calls! Reset group! Fight speed! Sigma calls! Ready! Taking position! Handgunners! Bec, 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 bec! To arms back! Attack! Yes! My subjects! Sigma calls! Sigma calls! Sigma calls! Call 6! Spearmen! For the Emperor! Battle away! Go! Ready! Yes, General! Sir! Take a position! Quickly! Catch me! Ready! Prepare! For campaign! Yes, General! Hoch da! Ready! For the Warhammer! Sir! Understood! Sir! Moving now! For the Emperor! Yes, my lord! Ready! Battle away! See to it! Formation! March! Ready for war! Goodbye, command! Go! Yes! Quickly! Warhammer! The Emperor endures! Reichsguard knights! To battle! Spearmen! Go! For the Emperor! Conditions acceptable! Yes, sir! Swordsmen! For the Emperor! Yes, General! Swordsmen! Seatrix! For the Empire! To battle! Crossbows ready, General! My Ulrichs runs! Sigma calls! Swordsmen! Take with his arm! For Heldenhammer! Sigma calls! I will not stand idle! Sigma calls! Take the ground! Quick, march! Ready! Sigma calls! For the Emperor! Conditions acceptable! Crossbows ready, General! Yes, General! Go! Sigma calls! Sigma guides us! Yes, General! No lingering! Oh, Mann, 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 Mann! Jetzt kommen! Lasst euch nicht wegblocken von den dämlichen fliehenden Viechern! Yes, my Lord! For the Emperor! Yes, sir! Quickly! Moving now! No lingering! For Ultor! War! Ready? Go! We are back! Take it! Oh, my Ulrichs! So, man hat die Munition aufgebraucht. Scheiße! Scheiße! Meine Reiter wollte ich jetzt gerade nicht verlieren. Crossbowman! For the Emperor! Crossbowman! Sigma! For the Emperor! For the Emperor! Sigma! Crossbowman! Ready! No! Very well! My rule is absolute! Quick, march! Yes! General! Sigma calls! Crossbowman! Sigma calls! Take the Emperor! At speed, sir! Die Zwerge überleben wir in der Führerschaft. Die Zwerge überleben wir in der Führerschaft. I will not stand idle, Joe! Sir! At speed! Noch einmal sammeln. Lights guard knights! Faster! Formation! March! Ready for war! Tag position! Wenn wir die Chance kriegen. Die Zwerge überleben! Astromantie! Go! Der Empire! It is divine! Ready for war! Faster! Mit Magie war's das auch. Schwerge bannerisch ist. Reichskard knights! Nohot eigentlich! Rüber mit euch. Ich bin der letzte mit Munition. Die Mistviecher. Wie lange soll die Schlacht noch gehen? Ich guck mal, hab ich ne Chance auf den General zu schaden. Das war's. Letzter Pfeil ist verschossen. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Tja, auf ein Letztes. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Hm. Für Ruhm und Ehre. Für Ruhm und Ehre. Für the Emperor. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Das war's. Ja. Das war's. Nein! Nein! Was ne Schlacht. Boah, die Verluste genau gleich, aber am Ende haben einfach die Zwerge mehr Zähigkeit bewiesen. Unglaublich. Auf dem Kampf, wer kauft.